Wird Ihnen präsentiert von DeinMessestand – Angebote für Messebau. Wir haben seit kurzer Zeit das Mercedes-Benz Schack App-Portal live für unsere Kunden. Unsere Kunden können damit Apps direkt von dem Büro aus auf den LKW bringen. Sie sehen hier unter anderem das Secondary Display. Mit diesem neuen integrierten Display können Sie dann direkt Apps im LKW nutzen. Das App-Portal ist rein für den Flottenmanager. Der Flottenmanager hat die Hoheit und verteilt die Apps auf die Endgeräte im LKW. Der Fahrer kann dann hier die Apps entsprechend benutzen. Der Fahrer hat in dem Sinne keine Möglichkeit, Apps selber zu installieren. Das macht rein der Flottenmanager im Büro. Und das ist total unabhängig davon, wo die Fahrzeuge sind. Also ob die gerade unterwegs sind, das spielt im Endeffekt gar keine Rolle. Die müssen nicht irgendwie zum Gelände oder zum Spediteur zurück. Jederzeit, an jedem Ort, wo die Fahrzeuge sind, können Sie dann halt Apps auf das Fahrzeug bringen.